hallo und herzlich willkommen zurück bei ich muss immer wieder was trinken ich bin ausgesaugt hier die hitze ist zu brutale meine lieben leute zuschauer herzlich willkommen zurück hier mit mir revano und dem lieben onkel der steht gerade vor mir mit der picke und guckt mich so an mit seinem cowboy aber du bist auch ein esel ab und zu also von daher passt ja wir stehen gerade hier in meiner wohnung und hast doch fast fertig hier ich gehe sammeln du kannst basteln ich gucke mal kurz in deine wohnung könnte seine wohnung auch noch mal sehen ja das seht ihr schon hat sogar die tür zugemacht der sack aber ich breche ein dann hat er hier sein bett stehen so nennt man eine wohnung alles zu und ein bett ist mit drin aus mit der wand was ich gesehen habe kann man dann auch später die wände noch verstärken mit aus stein und holz deswegen brauchst du mal erst mal dieses grundgerüst von diesen ich hätte gern stacheldraht um meine wohnung hol lieber zeich ich hab kein zeich mehr und stacheldraht mein schnuckelputz jaja jetzt kommt er wieder so an soll ich vielleicht nix angehen weil ich hab jetzt grad überhaupt nichts mehr ja zeig den leuten bisschen was ich mach jetzt erstmal hier ganz kurz ein pin code rein den muss ich dann mal geben ach so vom tribe kommen ja hier alle rein ja ja lass doch so die anderen kommen da nicht rein wir sind ja eben noch unter welpen schutz welpenschutz noch wie wir sind überhaupt 9 6 level na ja brauchen wir noch langsam kocht und ich habe auch das gefühl dass der baum nicht lang steht wo wir hier wenn smiley und dings alleine spielen aber wir haben ja gesagt dass wir stehen sollen ja den baum wenn der weg ist dann raste ich voll aus dann zütte ich unser ganzes lager an einfach nur weil der baum kaputt ist das haben wir ja vorhin schon gesagt nö ist nicht in Ordnung doch denn dieser baum hat die gravur von uns denkst du dran ein schild noch zu machen das für ein herzchen das steht drin r und o r und o was denke ich schon wieder an was soll ich jetzt schon wieder denken an vieles alter ich habe keine bäume mehr ich habe alles abgeerntet ich muss schon zwei kilometer weit laufen langsam nervt sein und was soll ich denken an ein schild vor meiner tür wo drauf steht bau es doch sollen wir denn also ich hätte ich aber was ist doch nein nein du machst das ist der bau ich habe aber ist noch nicht erfunden ach so aber ich kann es ja auch wenn du möchtest hast du so für punkte über später was wollte ich sagen können wir diese wände die wir haben das zählt nur als wohnungswand das zählt noch nicht als verteidigungswahl oder es gibt auch verteidigungswahl damit andere leute nicht reinkommen in unsere hütte und also in unser lager weil ich würde gerne das machen wir später lass uns dann erstmal und das muss sowieso das ist ja auch eine quest wenn wir eine wahl drum herum bauen und einem mit einem dino tor dann kriegt man eine belohnung es gibt eine belohnung hurra hast du gehört smiley der lässt sich einfach liegen links links liegen wie gehst du mit unseren kriegern um auch jetzt ist es sich tief genug ich glaub's nicht hier war nur erster ich wollte trinken und dieses scheiß wasser ist nicht tief genug dieses nur kein welchen Füßen drinnen hast du keine wasserflasche sorry war nur echt es reicht langsam was ist jetzt schon wieder ich raff die nicht die funktioniert nicht boah liebe spieleentwickler wenn ihr diese szene gerade verfolgt habt könnt ihr bitte die kindersicherung rausnehmen bei der wasserflasche vom onkel er kriegt den verschluss nicht auf und weiß nicht wie man trägt ha 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 du pämmer ha 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 ich kann nicht mehr ich ich würde mich jetzt totlachen und rumschreien aber ich muss ja leise sein aber ihr merkt schon an meiner stimme dass ich mich gerade mehr als belustige an onkel skylight ha 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 oh onkel pass auf ich erkläre dir die wasserflasche nochmal du stehst im wasser du hast die wasserflasche unten im inventar hast du ja ne nein auf welcher zahl hast du sie auf welcher zahl ich habe keine wasserflasche ja dann kannst du sie auch nicht benutzen sonst musst du einfach nur die zahlen ja ich hab die ja nicht weil ich nicht weiß wie man die benutzt die funktioniert nicht ja ich erkläre es dir du packst die alles unten weißt dass ich dir das hindurch finde dass du kleines a loch ne nein bei mir bei mir bei mir du hast jetzt auf du hast bei mir meine parts angeguckt und hast zu mir noch gesagt ach das funktioniert ja wirklich nicht und jetzt stellt sich wieder hin als wie ach alles vergessen komm verarschen wir doch den onkel weil das doch eh zu dürfen du kleiner mieser weißt du das hat geklappt onkel das haben die rausgepatcht nein du musst dich da einfach nur rein stellen im wasser du musst doch nicht mal tauchen oder so und dann drückst du einfach die taste warum hast du jetzt meinen hunger alle alter das ist ja wahnsinn ach ja ist das nicht ehrlich mit dem onkel mir ist warm ich weiß schützt so ist das wenn man durst hat ne du musst einfach nur im wasser stehen die taste drücken dann wird die gefüllt und ich habe gedacht die wasserflasche und ich habe gedacht dass die dann mit der zeit selber trinkst aber nein die verdunstet dann sozusagen das wasser das heißt wenn du durst hast drückst du nochmal die taste und dann bist du wieder nicht mehr durstig dann bist du wieder nicht mehr durstig hä ich habe doch eigentlich eine gebaut gehabt ach so die habe ich auch drunter muss ich nur auffüllen das alte ding ich war noch nicht beim wasser da werde ich jetzt gleich mal reingehen ich bring dir mal ein paar ressourcen ey du hast die die smiley liegt ja voll weit weg hast du die reingezogen ja ich wollte unsere gebäude hast du sie wieder geschändet und liegen gelang ja ich wollte wieder bis oben zu uns ins gebiet reinstecken ja ja das sagen die alle die schädler die weiße sind wie schlimm ich äh der zieht deshalb bis lang und dann lässt du es mitten im Lophosaurus-Nest liegen so einer bist du also ich mach mal die Tür zu bei dir im Haus bevor sich da noch einer reinschleicht wieso hast denn du die Tür offen gelassen ich lebe auf dem Berg weißt du doch ich hab ich hab keine Tür da wo bist du denn jetzt schon wieder ich suche ab ich hole Materialien du erst nörgelt sie die ganze Zeit rum ich soll Materialien mit sammeln jetzt sitze ich hier und mach Materialien ich sammle mit ja du kannst du mir nicht recht machen mein Kleiner also ich pack jetzt mal das Zeug hier in die Kiste rein ganz links ich fick dich in deinen scheiß Arsch und dann weil der sich ficken lässt das schwul ne ja ja ok ganz links habe ich doch nein ganz rechts hast du gesagt ne ja hab ich doch reingepackt da sind dann noch jede Menge Ressourcen drin ich versteh gar nicht wo du nicht bauen kannst ich hab doch Ressourcen auch wieder reingelegt weil ich ja mit sammeln wollte naja passel siehst du da drinnen bei den ganzen Ressourcen Setsch ja äh fick dich der war überhaupt kein Setsch drin Alter die Verarscher ja hab ich doch jetzt grad reingelegt 200 Stück nur für dich nur Setsch ihr habt 200 Setsch ja nur für ach so ich dachte du hast nur das gesammelt ne ich hab alles gesammelt aber 200 Setsch zusätzlich du stehst du den kleinen Pimmel verbogen Alter das ist das Feuerwehrschlauch das ist das Feuerwehrschlauch das ist das Feuerwehrschlauch kramm Alter welchen Hohenreuschen lebst du denn Alter verbogen ey was hast du da wieder rausgehört der verbogen gibt's verbogene Pimmel oder was ich hab raus ich hab raus was können die dann um die Ecke pumpsen oder was mit einem verbogenen Pimmel können die dann um die Ecke was hallo hörst du mir mal zu was ach 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 hihihi hihihi nja können die dann um die Ecke boah ich ich darf nicht schreien ihr wisst's Leute ich muss mich hier benehmen was alter was ist denn jetzt grad mit der Grafik die rastet grad voll aus hier warum ja das weiß ich auch nicht Onkel was ist denn ich hab dir Ressourcen reingelegt du musst dir jetzt mal endlich hehehe 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 oder versuchst du immer noch die Wasserflasche zu füllen hehehehehe hehehe 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 äh stimmt nicht wir können ja mal so eine Abstimmung machen liebe Leute schreibt runter soll der Onkel versuchen die Wasserflasche zu füllen ja oder nein hehehe sollen wir dabei zugucken ja oder nein hehehe schafft er's ja oder nein hehehe hehehe ne das funktioniert schon immer drücken immer die Tasse drücken boah Rivalo hm halt die Fresse hehehe 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 das ist grad wie als wenn du dir jetzt nur noch so einen Föhn weißt du an den Kopf hältst wenn es so warm ist hehehe weil du das erstmal hier das kriegst du einfach nicht einfach so verarbeitet den Segelatsch hehehe hehehe du bist warm oder was ich will zu uns damit jetzt sagen hehehe ja ich bin zur Zeit warm weil es ziemlich warm draußen ist es ist richtig er ist warm ne er merkt er merkt es Leute worauf er hinaus will ne hehehe ich merke wo du sie da stehst ich mach bloß mit äh oh ich hab durst ich sterbe scheiße oh ster doch du Drecksack hm welche Beeren geben mir Wasser was welche Beeren geben mir Wasser gibt Wasser welche Beeren geben mir Flüssigkeit Wasser gibt Wasser scheiße welche Beeren gibt mir Wasser Wasser gibt Wasser ja aber wenn du gerade sicher mitbekommen hast weiß ich gar nicht wo ich bin ich bin grad voll orientierungslos was ist das denn los mit dem Kerl hehehe doch ich hab Wasser gesehen ich renne jetzt hin ey die Beeren haben mir Wasser gegeben hallo ich bin bei uns am Däscher ohne Ende und es sagt mir wieder mal ich hab keine mit meinem Drahl alter alteran so was mach ich jetzt vor lauter Angst ich spring jetzt mal im Wasser und lass mich fressen vom Piranha ich spring jetzt mal im Wasser der hat ein Deutsch das ist Wahnsinn der hat Deutsch bei Yoda gelernt ja in Wasser in Wasser gesprochen der geht auch in Bett der geht nicht ins Bett wie alle anderen der geht in Bett Pivano geht in Bett was war denn das jetzt wieso ich ficke deiner Mutter hehehe Alter Piranha Alter das hab ich gar nicht geträgt du Wixkop Dreck scheiß Ding weißt du was weißt du was du bist lügen tust du weißt du was du bist weißt du was du bist nix weißt du was du bist nix weißt äh ich werd gebissen das ist so zum Katzen das wollte ich überhaupt nicht machen grad ja ich hab die Wasserflasche gefüllt was hast du also beim die Wasserflasche gefüllt was hast du die Wasserflasche gefüllt was hast du guck bei mir im Part dann kannst du sehen wie man das macht was hast du hehehe hehehe äh träume hab ich träume von dir auch von mir wer wärst du gay hehehe gay ich träume davon wie gut du bist wie gut du bist in diesem game hier hehehe so ok jetzt hast du das Ding noch an kack 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 so was machen wir eigentlich wenn wir unsere beiden Hütten fertig haben ach schwitzen heute schwitzen heute schwitzen ja ich meine jetzt außer schwitzen und machen wir dann fangen wir an den Grundstein für das Hauptgebäude zu legen da hab ich keine Ahnung das muss man erstmal mit Smiley und so abkaspern was ist das Hauptgebäude ich würde sogar ach ne ich hätte sofort angefangen zu setzen so was dann können die nämlich weiterbauen wenn du den Grundriss gesetzt hast die nehmen vielleicht morgen auf und wissen gar nicht was da Phase ist verstehst du ja dann müssen die ähm mit uns sprechen kommunizieren müssen wir ein äh zwei Tagebuch zurücklegen dass die dann reingucken können was ist das das habe ich ja gesagt das habe ich ja auch da reagiert ja keiner drauf lacht mich ja bloß wieder aus wenn ich sage ey wir könnten die Notiz nehmen dafür Nö 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 in Das ist echt Wahnsinn, ja. Ja, warum machst du keinen Ventilator an? Ach ja, der ist kaputt. Onkel, warum reparierst du ihn nicht? Oder es gibt noch eine andere Methode, die nennt sich Fächer bauen. Weißt du, was das ist? Der Onkel stirbt gerade wieder innerlich, merke ich das. Onkel, komm zurück, tu es. Ich sterbe nirgendswohin. Kommt jetzt eigentlich nochmal hier so eine Space-Kiste? Was? Hast du mal auf die Uhr geguckt? Druck doch selber auf die Uhr. Ich hab doch nicht geguckt, wann es gestartet ist. Boah, weißt du, ich muss mich hier um alles kümmern. Ich muss die Dessamthneels machen. Ich muss den aufhören, ich muss die Uhr gucken. Ey, Alter, der macht nichts. Ein Thumbnail, nicht viele. Ein Thumbnail, ein Thumbnail. Und das reicht. Die Weiterführung mache ich. Dann nimmt er sie nicht mal. Ja, natürlich. Für Left 4 Dead habe ich die Thumbnails alle gemacht. Über 100 Parts. Und er nimmt seine komischen Arealdinger. Mann. Ja. Ich soll doch wieder einfach nur mein Thumbnail. Wisst ihr, was ich schon Bock habe, den scheiß Thumbnail zu machen? Ich kann es genau fest, dass es überhaupt nicht nimmt. Ja, ich muss halt fahren. Du musst fahren. Zwei Wochen steht fest, dass wir hier einen Thumbnail machen. Und du musst halt... Du hast ja alles am letzten Drücker machen. Macht ja nicht. Ich kann da nichts für. Und wie kannst du mal? Genau. Du hast es drauf mit den Thumbnails. Und dann sitzt du Schülle und sagt, schau mal, wie schön ich das gemacht habe. Ja, klar. Ich habe es ja auch eingefügt. Schön. So, das ist ein bisschen gewahrnehm. Das kann man ja nicht sagen. Ist klar. Ich habe dich schon tausendmal hier gesagt. Danke und so. Du alter Sack. Du sagst jetzt nur, damit ich dich... damit du noch mehr verlobt wirst. Was? Du lausend. Alter. Alter. Oh, Wahlen sind erst da. Meine. Hast du uns nochmal wiedergefunden hast hier? Ja, ich war überladen. Dann läuft der so langsam. Ich schwöre. Oh, ist das herrlich. Was ist denn schon wieder herrlich? Ich habe Durst. Und weißt du, was ich jetzt mache? Ich drücke jetzt die Taste. Oh, ich habe kein Durst mehr. Weißt du, was ich dir damit sagen möchte? Verstehe ich nicht. Ey, mein Haus sieht da schon cool aus. Hier fühle ich mich wohl. Ich muss nur das Gras hier raus tun. Liebe Leute, ich bin mal kurz ruhig. Ich muss meine Nase putzen. Die läuft vom ganzen Lachen. Das ist so. So macht der Onkel das. So macht der Onkel das. Genau. Dann kriegst du auch alles. Das klingt so, als würdest du durch die Nase atmen, Onkel. Siehste, das ist das, was ich meine. Es klingt so, als würdest du durch die Nase atmen. Hm. Durch deine Nase. Ja. So, dein Haus ist fertig. Ja. Optimal. Kannst du mir jetzt den Schlafsack hier reinlegen? Oder mir geben, dass ich den bauen kann? Ich weiß gar nicht, ob ich den noch habe. Hm, den musst du mir schenken. Ach, Quatsch. Der war ja in der Tasche hinten dann. Ja, dann hole ich den aus der Kiste raus. Bist du blöd, oder bist du da so? Der war doch in die Kiste, ne? Hör, musst du die Kiste nehmen? Ja, hier. Ah, das bin ich sogar schrocken. Ja, du bist verwirrt. Das ist normal, du. Hast nicht so viel getrunken. Ich... Hm, ganz links, oder? Ich sage, da hört mir nicht zu, der Rewaino. Da hört mir nicht zu. Dann ist er rechts. Weil er in der Mitte ist, oder nicht? Nö, du hast mir vor Grund auf den Zusatz. Schon wieder, weil mir hätte ich ja aufgelassen, du Perna. Ach so, ja. Du fischst dich aus meinem Haus, wenn du die Tür nur zu machst. Wo hast du denn eine verkackte Schlafsack hingelegt? Ja, war in der Tasche, habe ich doch gerade schon zum dritten Mal gesagt. Welche Tasche? Unten im Fluss, bei den Piranhas. Die Tasche, die du dir aufgegeben hast. Ach, dann habe ich gar kein Schlafsack, würdest du mir damit sagen? Oh. Ah. Ich brauche 25 Heizungen. Ey, Sau, hast du da Helmssäcke vor der Tür, oder was? Mach doch die Türen mal zu. Ja, wollte ich ja machen. Ach, ja, wolltest du zu machen. Sorry, du hast die Zammzeit, dass du so die Türen öffnest. Obwohl, bei deinem Haus kannst du es ruhig machen. Hat dir wieder erzählt. Jetzt stehen hier zwei Häuser. Ach so, ein Schild. Ja, haben wir schon. Haben wir schon viel geschafft. Hast du ein Schild schon erfunden? Dann baue mal eins. Ja, ich muss nur gucken, dass ich die Ressourcen hole. Jetzt geht er mal aus dem Weg. Was brauchst du, die Ressourcen? Ja, für das Schild halt. Was brauchst du dafür? Wood 5, Setsch 3 und Fieber 4. Hier, also nicht so viel, ich hole mal alles. Ah, ich hab, du hast schon alles rausgenommen, ne? Gib mir mal alles, Setsch, Wood und Fieber. Hier, also nicht so viel, ich hole mal alles, ich hole mal alles, ich hole mal alles. So. Jo, kleiner Mann. Hast du mir die Ressourcen jetzt hingelegt? Onkel, hast du mir die Ressourcen hingelegt? Oder so. Also wie immer. Alter, es ist so Wahnsinn. Er steht genau neben der Kiste. Er bräuchte nur E zu drücken. Aber da ist er zu faul dafür. Onkel, hast du es hingelegt? Onkel, hast du es hingelegt? Onkel, mach mal ein Samtmehl. Ja, ich stelle jetzt mal zwei Schilder hin. Eins. Wie, brauchst du keins? Ich hab doch schon eins vor der Tür. Nein! Ah! Huh! Huh! Verpisst euch! Huh! Nein! Nein, nicht jetzt! Nicht jetzt! Nicht jetzt! Nicht jetzt! Nicht jetzt! Nicht jetzt! Oh, ich hab so viel Holz. Ich hab so viel Holz geholfen. Oh, dieses Drecksviehzeug. Dieses verrottete Scheiß-Drecksviehzeug. Es geht mir auf den Sack. Krass. Da muss ich eben so langsam hinschlappen. Wo hast du denn ein Schild vor der Tür? Ich hab noch gar nicht gesehen. Ich hab sogar kein Schild vor der Tür. Ich hab' ein Schild vor meiner Tür. Ah, nee, ich hab' mir noch weggelassen. Ah, siehst du? Also, baue ich durch. Ach, nein! Ach, Mann! Das ist zum Kotzen, ist das. Oh Gott, oh Gott. Der Onkel lässt sich wieder abmoxen, ja. Mann. Na, dann baue ich mal schnell ein Schild. Ach, wie die Ticks tun, die auch immer so beschissen sind. Ja, komm, sag an. Ey, da macht meine Türe nicht wieder zu. Nee, die hab' ich vorhin extra aufgemalt, um dich zu ärgern. Äh, Ding ist's. Der Part ist beendet. Also, der Part, den musst du beenden. Okay. Ja, ich stell' jetzt eben noch mein Schild auf. Alter Schwede, ich hab' Bilder. Jetzt geht das mit den Piranhas wieder los, ne? Ich könnte so katzen. Boah, sieht halt nicht episch aus, liebe Leute. Hier geht's rein. Hier ist meine Hütte. Boah, die hat doch was. Hat der Onkel gut gemacht. Muss ich mal loben. So, ich baue jetzt schnell noch ein Schild. Und dann gebe ich den Zeug wieder, dann bin ich wieder schneller. Craft Itten. Craft Itten. Machen wir auch nochmal. Möchte ich alles haben. Diese Drecks-Fieser, ey. Dieses Drecks-Piranha-Pack, ey. Also, ich weiß nicht, wie ich das hier wegkriegen soll. Oh, und Level ab, ey. Das geht ja richtig ab hier grad. Das geht hier richtig ab bei mir. So, die scheiß Ressourcen wieder rein. Gut, jetzt kann man ja eigentlich alles voll. Jetzt komme ich mal schnell zur Onkel gerannt. Setz sein Schild. Möchte ich, soll ich dir das Schild geben, dass du das setzen kannst? Weil ich weiß nicht genau. Oder soll ich es dann so, wo ich es meine hin machen? Links neben der Tür so. Wo ich es meine hin machen? Boah, ich mache es jetzt einfach hin, ja. Nein. Du in die Kiste, bitte. Was ist denn? Ach so, in die Kiste soll ich es tun. Kommst du jetzt zu mir? Du musst mal zu mir kommen. Weil ich hier vor Piranhas stehe. Ja. Oder gehst du bitte jetzt nicht noch mal drei Stunden aufs Klo oder so. Wir müssen das gleich weitermachen, weil das meine Tasche wieder respawnt. Hä, wo ist denn das Schild? Ich habe doch gerade... Ach so, das ist auch meine Hinweise. Okay, also dann machen wir Abschied, los. Ja gut, liebe Leute. Dann würde ich sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Äh, gebt uns einen Daumen hoch, wenn ihr wollt, würden uns sehr freuen. Auf jeden Fall schaut auch mal bei Onkel auf dem Kanal, die Parts. Und bei mir auch. Und wenn es euch sehr gefallen hat, könnt ihr uns gerne abonnieren hier. Wir zwei Verrückten. Da kommen auf jeden Fall noch tausend Parts. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Bye. ARK. Ciao. Ciao.